So Leute, ich bin wieder da. Wir waren beim Neurologen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich bin ja auch so ein Schisser, sag ich ganz ehrlich. Und ich mag keine Schmerzen. Manche mögen ja Schmerzen. Die setzen sich beim Zahnarzt hin und essen eine Pizza oder was weiß ich. Oder denken daran, dass sie eine Pizza essen. Ich kann es nicht ab. Gerade wenn so ein bisschen Schmerz. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin sehr schmerzempfindlich. Und ich mag auch nicht, wenn man mir Schmerzen zufügt. Oder wenn ich anderen Schmerzen zufüge. Das würde ich nie tun. Weil ich selber weiß, wie Schmerzen wehtun. So. Und ja, dann haben sie diese Untersuchung gemacht. Diese Stromuntersuchung. Also, es hat schon ganz schön gezwickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe ihr gleich gesagt, dass ich Angst habe. Und dass ich nicht auf Schmerzen stehe. Und da meint sie zu mir, haben sie mal so einen Zaun angefasst. Bei der Koppel, wenn Pferde dahinter sind oder Kühe, ist ja manchmal so Strom drin. Wenn sie sowas anfassen, dann wissen sie ungefähr, wie das ist. Na, schönen Dank auch, habe ich gedacht. Sowas fasse ich erst gar nicht an. So. Und ja, das habe ich auch gemerkt. Also, bei manchen, es wird ja wirklich jeder einzelne Nerv gemessen. Am Zeh, beim Knöchel, da hat es richtig wehgetan. Weil sie den Nerv hintereinander gemessen hat. Also, das waren hintereinander immer Stromschläge. Sag ich mal so. Ja, Stromschläge sind das gewesen. Und auch im Knie. Auch genauso Stromschläge. Also, sie misst ja da. Also, ich kann nur jedem sagen, es ist nicht schmerzfrei, so eine Untersuchung. Es tut schon weh. Aber jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Und es ist auszuhalten, sage ich mal so. Aber einmal habe ich auch gesagt, Aua, das tut jetzt aber ganz schön weh. Hören Sie bitte auf. Da hat sie auch aufgehört. So. Und ja, dann war ich ja bei der Untersuchung drin. Diese neurologische Untersuchung dann da machen. Och, das kennt ihr ja bestimmt alle. Mit auf Finger gucken und dieses und jenes. Sagst du ja, was haben Sie denn? Ich sage, ja, ich sage, rechter Fuß. Eine Seite, wie taub. Und Knie halt auch wie taub. Ich sage, ich möchte gerne wissen, was das ist. Und sagt sie, haben Sie denn so Schmerzen? Ich sage, ja, von der Wuppelsäule so ein bisschen. Aber nicht so doll. Aber die vermuten ja alle eine Poloneuropathie. Und nicht die Bandscheibe. Und sie ist aber der Meinung, es ist keine Poloneuropathie. Da bin ich ja schon mal ganz froh drüber. Weil meine Nerven wohl ganz gut funktionieren. Und ja, nun sind wir am weitersuchen. Jetzt habe ich erst wieder im August einen Orthopädentermin. Also, das ist, Kinder, ich sage euch. Krank darf es nicht werden auf dieser Welt. Also, wirklich nicht. Weil sie meinte dann zu mir, wenn sie dann wieder Schmerzen haben, können sie ja herkommen. Und dann habe ich gesagt, ich habe ja jetzt dieses Britnizelon genommen. Dieses Kortison. Und dadurch hat das aufgehört. Aber vorher hatte ich ja diese Schmerzen. Und dieses Britnizelon. Sie schätzt, dass es ein Nerv ist von der Bandscheibe. Dass der entzündet ist. Und dass dadurch diese Schmerzen entstanden sind in den Beinen, in den Knien und dieses und jenes. So, jetzt muss diese ganze Sache nochmal untersucht werden mit der Bandscheibe. Auch sehr lustig. Also, wie gesagt, ich habe da erst im August einen Termin. Es ist keine Poloneuropathie. Kann ja auch auf eine Art positiv sein, dass die Nerven da jetzt nicht kaputt sind. Aber ich möchte schon ein bisschen mehr untersuchen lassen. Und ich verstehe nicht, warum man, wenn man sagt, also bei mir in der Familie war was mit den Wehen. Oder da war ein Schlaganfall. Oder da war ein Herzinfarkt. Oder da war dieses oder jenes. Gucken Sie doch mal. Ich meine, es kostet doch nichts. Natürlich kostet das was. Aber diese Untersuchung mal zu machen, um zu gucken, ob da wirklich was ist oder nicht ist. Damit man sich sicher sein kann. Aber man muss alles nachfragen. Man muss alles nachhaken. Würden Sie mal bitte. Und das wäre doch schön. Da, auf meinen Hausarzt muss ich jetzt auch warten. Der kommt auch erst im August wieder. Also, diese Urlaubszeit. Die sind alle verschwunden. Die du wirklich brauchst, die sind alle nicht da. Gynäkologen auch nicht da. Auch im Urlaub. Alle weg. Und das Schlimme ist, man bekommt immer sehr schlecht hier bei anderen Ärzten Termine. Das geht dann wieder in den August rein oder noch später in den September. Und dann hängt man wieder da und es ist keine, findet keine Klärung statt. Und ich möchte schon wissen, warum die eine Seite da taub ist und vom Knie da taub ist. Das möchte ich schon wissen, warum ich da nicht so diese Gefühle wie in dem anderen Bein habe. Tja. Salavi. Jetzt kannst du wieder warten. Das sind, das ist dieses Ärztesystem, was ich hier nicht verstehe. Ich meine, das ist bestimmt überall so. Aber sie sagen dann, du sollst kommen, wenn du Schmerzen hast. Ja, kriegst aber keinen Termin. Hahaha, witzig. Hast ihn erst in vier Wochen. Vorher hast du Medikamente genommen, damit der Schmerz ja weggeht. So, dann hast du keine Schmerzen. Dann ist alles nichts mehr. Verstehe einer die Welt. Ich verstehe sie schon lange nicht mehr. Und Menschen verstehe ich sowieso nicht.